Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Well-Losche-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 22. Ja Leute, in der letzten Folge unseren Aufwärtstrend eigentlich bestätigt, ihr seht es ja, 2-1 Sieg, 2-1 Sieg, 2-0 Sieg und dann gegen Reading das 1-1, verschuldet von Morales. Und der ist definitiv auf Bewährung, das muss man jetzt ganz klar sagen, also der darf sich nicht mehr viel erlauben. Der muss mir jetzt zeigen, ey, Trainer, ich bin jemand, ich bin zuverlässig. Ja, ich bin jung, ich mach mal einen Fehler, aber ich bin zuverlässig. Wenn er in den nächsten 2-3 Spielen wieder so einen Patzer drin hat, dann ist die Chance da für Maximenko, dass er back ins Tor kommt. War immer ein super Keeper, sein Vertrag läuft aber aus und ich will ihn immer noch verkaufen, weil der ist eigentlich zu gut. Und er passt eigentlich nicht mehr ganz so perfekt in diesen Umbruch, weil man jetzt einfach Morales hier hatte. Ich hoffe immer noch, ihn verkauft zu kriegen, eigentlich auch bei El-Sharabi, wobei ich ihn sogar aus der Liste erstmal rausnehmen will. Der ist jetzt wieder mit dabei und das gleiche kann eben auch passieren. Wenn Morales patzt, kommt Maximenko wieder rein ins Team und vielleicht passt er dann doch wieder rein. Müssten wir dann gucken. Wir gehen ins Duell gegen Peterborough United. Die sind ein Aufsteiger. Gucken mal, wie das Ganze hier ausgeht gegen den Außenseiter auf jeden Fall. Kommen wir uns die Aufsteigerung von Peterborough United an mit Gioali im Tor, Vard, Knight, Walters, Kent, Barros, Broome, Rance, Modic, Jones und Dembele. 5-3-2 System mit einem ZOM und Peterborough United ist das beste defensive Team der Championship mit gerade mal neun Gegentoren. Weisshoff-Handt Morales im Tor, Laird, Thuansebe, These, Parsons, Reggie Wilson, Brandon Wilson, Mwepo, Shorty, Enkitya und Dolan. Also Reggie Wilson im ZDM heute mal und Enkitya ganz vorne für den gesperrten D-Lab. Wilson läuft. Auf rechts aber auch De La Vega. Den hat er mitgehört. Shorty ist es, sorry. Jetzt hier gut abgespielt. Der Schuss ist drüber. Das war eine Riesenchance von Dolan. Eine riesige Chance hier. Mit links. Den Fett zieht er ja mal komplett. Den hat er komplett verzogen. Es bleibt beim 0-0. Stark. Laird. Gut abgefangen hat er den Ball. Passt den da auf Enkitya. Enkitya. Er spielt den nochmal gut ab. Der Schuss ist drinnen. Richtig gut. Und es ist wieder Mwepo. Der entwickelt sich langsam echt zum Torjäger, muss man sagen. Freut sich da zurecht Mwepo. Ich meine, den haben wir im Tausch bekommen durch den Tausch gegen McGinn. Das war ja eigentlich nie beabsichtigt, ihn zu holen. Er wurde uns angeboten. Ich habe ihn mit Kusshand genommen. Und Mwepo klatscht den Ball da jetzt unten links rein. Sehr schönes Ding. Also Mwepo hier. Enok Mwepo in der zehnten Minute hier mit dem Treffer. Drittes Tor in der neunten Partie. Also ein richtig schöner Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Defensiv macht er seine Aufgaben. Und vorne ist er sehr gefährlich. Waysen mit der Ecke. Thesis Kopfball. Da war der Abwehrspieler noch dran. Jetzt hier Dolan. Dolan mit dem Abschluss. Und der war gar nicht so ungefährlich. Schade für Dolan, dass der nicht reinging. Freistoß. Vielleicht werden sie dadurch jetzt mal ein bisschen gefährlicher. Bisher ist das eher mager, was sie zeigen. Aber auch hier der Freistoß. Landet zumindest im ersten Moment nur bei Southampton. Jetzt hier die Chance. Mit der Hacke gut gespielt. Parsons war da. Super in Chef von Parsons. Ganz ruhig gemacht. Wilson. Auf Brandon Wilson. Brandon Wilson. Wartet ein bisschen. Verzögert. Jetzt die Flanke ist überragend auf Dolan. Aber der konnte ihn leider nicht verwerten. Die Idee war super. Was ein Fehlpass. Short-Tire mit dem Lupfer. Enkitya. Wilson irgendwie sich da durchgesetzt und macht das 2-0 für Southampton. Die hier klar überlegen sind. Wilson feiert das Ganze hier mit einer schönen Kunsteinlage. Southampton wirklich überragend, wie sie es heute spielen. Geben den Gegner überhaupt keine Chance. Wilson mit einer guten Ballkontrolle bei der Annahme dort. Und 2-0. Das könnte das fünfte Spiel ohne Niederlage sein. Und der vierte Sieg im fünften Spiel. Ist es jetzt endlich soweit, dass es bei Southampton läuft, Leute? Nach fast... Also nach zweieinhalb Saisons kann man sagen, ist es endlich soweit, dass es ein bisschen läuft bei Southampton. Das wäre der Wahnsinn, oder? Enkitya. Wilson mit einer guten Übersicht für Dolan. Und der ist schnell. Dolan. Stoppt ab. Macht das richtig gut. M.W. Poo. Boah. Einfach mal wieder reingeschallert, das Ding. Also M.W. Poo. Der ist nicht ein McGin-Ersatz, weil er ist ein etwas anderer Spielertyp. Aber in Sachen Weitschuss-Tore... Ich will nicht sagen, dass er wie McGin ist, aber er entwickelt sich immer mehr zum sehr, sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler. Ohne Gnade reingemacht, das Ding. Er ist halt auch einfach unglaublich komplett, ne? Ist einfach unheimlich komplett. Macht den Ball da rein. Und es steht 3-0 Southampton, die hier wahrscheinlich jetzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Sieg mitnehmen werden. Und jetzt ein schöner, schöner Seitenwechsel. Parsons, da ist viel Platz. Boah, das war zu viel Platz. Enkitya spielt den da rein und es steht 4-0. Also Peterborough, also sie sind die beste Abwehr der Liga mit gerade mal neun Gegentoren, die die hier geschluckt haben. Und dann schlucken sie in ein Spiel gegen uns vier. Ich will noch nicht zu hoch greifen, Leute, aber ich würde sagen, das ist das beste Southampton, was wir bisher in dieser Serie gesehen haben. Fünf Spiele hintereinander, vier Siege, ein Unentschieden, also fünf Spiele hintereinander ohne Niederlage. Wer weiß, wie das nächste laufen wird, aber das ist vielleicht das beste Southampton, was wir bisher gesehen haben. Auch wenn das natürlich sehr hoch gegriffen ist. Aber 4-0. Embele, super von Dragosin. Die rumänische Wand nenne ich ihn inzwischen. Typ ist einfach super. Short-Tire, was ein Ball. Was ein Ball. Dragosin, die rumänische Wand auf Enkitya, super. 5-0. 5-0. Dieses Tor gehört Dragosin. Super rübergelegt. Nices Ding. Eddie Enkitya darf auch treffen. Wichtig. Einfach 5-0 gegen eine Mannschaft, die bisher die beste Abwehr war. Das kann man mal machen. Sehen wir nochmal. Super Ball von Short-Tire. Dann Dragosin und Enkitya. Muss man sich mal geben. Southampton ist 5-0 vorne und trotzdem geht der Innenverteidiger mit nach vorne, um diese Situation hier noch gefährlicher zu machen. Das nenne ich mal Einsatz. Das Ding ist jetzt rum. 5-0 auswärts gewonnen. Also ich bin wirklich begeistert, wie dieses Team inzwischen spielt. Ich hatte ja schon Sorge nach der einen oder anderen Niederlage und nach der einen oder anderen etwas aufregenderen Folge. Also im negativen Sinn. Dass das hier vielleicht wieder so eine Saison wird, wo man echt sagen kann, boah ne, nicht nochmal zweite Liga. Aber jetzt in den letzten Wochen kommt so das Selbstvertrauen. Natürlich, wir werden noch Downs haben. Das ist logisch. Aber ich habe das Gefühl, dass das Team so wie es jetzt ist, einfach nochmal besser zusammenpasst. Einfach nochmal mehr wachsen wird. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und den hier verpflichte ich mal. Ihn hier eher nicht. Weil es wird einfach Zeit und er hier ist sehr interessant. Mit seinen 72 und eventuell. Es wird auch einfach Zeit, dass wir in Liga 1 wieder zurückkehren, oder? Was sagt ihr? Es muss doch irgendwie möglich sein, zurückzukehren in diese verdammte erste Liga. Southampton gehört in die Premier League, nirgendwo anders hin. Der kann weg. Ebenfalls. Hier ist glaube ich jetzt keiner so interessant, ne? Ja, komm. Gucken wir gleich mal in unsere Jugendmannschaften. Und zwar haben wir hier... Augustin Guerreiro. Okay. Ey, der ist 15, ne? Mit einer 63. Ich sag euch ehrlich. Wenn der vielleicht mit 16 noch einen Ticken besser wird. So auf eine 66 oder so. Dann kann er auch mein erster Keeper werden, wenn Morales ein bisschen scheiße baut. Aber muss man natürlich erstmal abwarten, ne? Gehen wir nochmal vor. Aktuell sind wir Sechster sogar. Gucken, was Escharabi kurz will. Achso. Ja gut, das war schon zu lange her. Also wenn wir nochmal gewinnen und vielleicht nochmal hochkommen, dann wäre das auf jeden Fall auch schön. Spieler ist auskuriert. Da haben wir hier nochmal ein paar Leute, ne? Können wir ja mal kurz raufgehen. Hier ist Scarlett zum Beispiel und Pallero. Da muss ich halt gucken im Winter, was ich wie, wo mache, ne? Jetzt erstmal gegen Brantford. Die sind aktuell Dritter. Ihr seht es ja da unten. Mit 25 Punkten. Also ein Sieg. Und wir wären auf jeden Fall sehr, sehr nah dran an denen gegen Bristol. Ist das übrigens nicht gegen Brantford? Sorry. Gehen wir einfach reib. Ich bin Hype nach dem letzten Spiel. Ich will, dass wir ähnlich gut agieren. Und ich hoffe, dass wir den nächsten Sieg holen. Gucken wir uns die Ausstellung von Bristol City an. Bentley im Tor. Dann Moore, Callas, Weiner, Da Silva, Weinmann, Palmer, Williams, Scott, Semenio und Conway. 4-4-2-System das Ganze hier. Bei Bristol City, die eben auch oben mit dabei sind im Aufstiegskampf. Aktuell mit 25 Punkten auf Platz 3. Und sie spielen heute gegen den Sechsten, den FC Southampton mit 20 Punkten. Morales im Tor. Dann Leretou an Sebe, die rumänische Wand. Dann Drabussin und Parsons. Nathan Knights, Wilson. MwPo im Mittelfeld. Nathan Knights zurück von der Verletzung. Dolan, Shortire und D-Lab. Die drei englischen Jungspunde da vorne im Sturm bei Southampton. Und er ist nicht schlecht gespielt. Ganz im Gegenteil. Das könnte jetzt hier richtig gefährlich werden. Der Pass in die Mitte. Und der ist drin. Bristol City hier. Die erste Chance, die sie hatten, direkt mal ausgenutzt. 1-0 hier für Bristol. Southampton muss mal wieder mit einem Rückschlag zurechtkommen. In letzter Zeit lief ja alles wirklich schnörkellos. Einfach perfekt. Jetzt mal wieder so ein Rückstand. Jetzt wird hier so ein bisschen die Phase kommen. Okay, wie gut ist das Team wirklich? Wie kommen sie mal wieder damit zurecht? Selber hinten zu liegen. Selber wieder richtig unter Druck zu geraten. Okay, wir müssen diesen Erfolg aufrecht erhalten. Das wird sehr interessant. Es steht 1-0 für Bristol. Und wir schauen jetzt mal, wie Southampton hier reagieren wird. Jetzt hier der Freistoß. Äh, die Ecke. Maiton Knights mit sehr viel Platz. Der spielt hier nochmal auf Thornsebel. Thornsebel! War etwas unorthodox das Ganze. Aber der Versuch war es auf jeden Fall mal wert. Thornsebel mit viel Platz. Leider hat er den Ball beim Schuss zu sehr erheben lassen. Und dadurch bleibt sie eben beim 1-0 für Bristol City. Aber der Druck ist da von D-Lab. D-Lab. Und der trifft nur den Keeper. Und der trifft nur Bentley. Nicht das Tor. Schade. Nächste Ecke für Southampton. D-Lab mit dem Kopf. Aber der ist auch nicht drin. Ja, ärgert sich da das zweite Mal, dass seine Bälle nicht reingehen. Schade. Mal gucken, ob Bristol jetzt wieder so ein bisschen gefährlich spielen will. Nein, diesmal der hohe Abschlag. Der Keeper hat gelernt. Wiston. Wiston. Mit der guten Übersicht den Ball auf Short-Tire zu spielen. Short-Tire. Der auf D-Lab, der kam da nicht ganz ran. Da war der Abwehrspieler von Bristol dazwischen stark gemacht. Das war aber eine große Chance. Und jetzt hier Bristol vielleicht im Konter. Schön mit der Hacke weitergegeben. Dolan mit einer guten Abwehrarbeit hier. Aber Bristol bleibt weiter im Ballbesitz. Moor. Und jetzt hier über die Mitte. Bristol sucht jetzt hier die nächste Abspielchanze. Schusschanze. Versuchen sich hier zu erarbeiten. Weinmann. Hier nochmal gut hingespielt. Der Schuss war nicht schlecht, aber Morales ist da. Der argentinische Keeper war zur Stelle. Eckball für Bristol. Der Kopfball Morales musste da rankommen. Nächste Ecke für Palma und Bristol City. Die Ecke landete bei Mwepu. Und konnte erstmal entschärft werden, aber Bristol wieder dran hier. Oh, starker Einsatz eigentlich von Maiton Niles. Das war ein bisschen unglücklich. Hier die Chance. Mwepu wieder dazwischen. Und Dolan. Und es gibt die nächste Ecke für Bristol. Also ihre Druckphase scheint nicht zu enden. Jetzt hier Morales, ja. War dazwischen. Aber weiterhin Bristol. Also wie viel Druck wollen sie noch aufbauen? Parsons hatte den jetzt. Dolan. Vielleicht jetzt hier direkt im Konter. D-Lab. D-Lab mit diesem Ball. Der ist richtig gut gespielt. Short-Tire. Short-Tire jetzt hier. Short-Tire, der könnte den reinflanken. Der ist gut. Nein, da war der Keeper von Bristol dazwischen. Stark von Bentley. Maiton Niles. Wilson. Der mit dem Lupfer auf Mwepu. D-Lab. Der wieder abgelegt auf Mwepu. Und das wäre es jetzt gewesen, wenn er den wieder reingemacht hätte. Das war jetzt eigentlich so eine seiner Situation, wenn man wieder hätte sagen können. Da ist unser Box-to-Box-Mittelfeldspieler aber leicht links vorbeigezogen. Schade. Verlosche ärgert sich. Das Silva hat den gut weitergeleitet. Jetzt hier in die Mitte. Aber da ist Dragustin. Der den Ball da verliert. Und jetzt wird es richtig gefährlich. Richtig gefährlich. Und der ist drin. Bitter. 2-0 Bristol. Das könnte mal wieder eine Niederlage geben. Christoph Hampton. Das könnte mal wieder eine Niederlage leider geben. Sehen wir das Ganze. Dragustin hat einfach keine Zeit, den zu klären. Dann der Schuss. Der dann drinne ist. Hier sehen wir Weinmann mit dem Abschluss. Morales hat noch versucht, sich da lang zu machen. Kam da leider nicht ran. 2-0 Bristol City. Gut gespielt. Gut gespielt. Jetzt Dolan. Dolan. Short-Tire läuft mit. Dolan flankt den rüber. Short-Tire kommt da nicht richtig zum Kopfball. Oh, ist das bitter. Das war richtig viel drin. Sehen wir es nochmal. Und dann trifft er den halt nicht richtig. Bitter. Und dann trifft er den halt nicht richtig. Gilmour. 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 Gilmour haben die Latte. Jetzt das nötige Pech kommt noch dazu. Und viel Glück für Bristol hier. Viel Glück für Bristol. Bentley mit dem Abschlag. Und Southampton macht weiter unglaublichen Druck. Enkitya. Calimuendo. Calimuendo dreht sich. Hat den da gut abgespielt. Gilmour. Der Pass ist gut. Short-Tire. Short-Tire. Das war abseits. Southampton jetzt full offensiv. Short-Tire heute echt so ein bisschen mit Pech. Steht aber klar im Abseits. Keine Frage. Kein Wenn und Aber. Klare Abseits-Situation gewesen. Enkitya. Auf Wilson. Wilson. Die Chance für Wilson. Wilson klatscht den rein. Ganz wichtig. Richtig humorlos von Wilson. Jubelt auch gar nicht. Hat sich den Ball genommen. Nur mal die Faust eben hoch gemacht. Und direkt weiter. Hier sind ja Enkitya. Auch Wilson. Den hat er gar nicht so perfekt. Gar nicht so kontrolliert mitgenommen. Perfekt war es natürlich. Weil es zum Tor geführt hat. Aber auch einfach humorlos. Wie er den da rein schallert. Richtig schön. Oben rein da. Es ist aber erstmal nur das 2-1. Noch ist hier lange nichts entschieden. Oh, der ist super. Der ist super. Der ist super. Morales hat den. Morales den Ball einfach nur nach vorne. Oh, Mwepo hat den mitnehmen können. Ganz stark. Ganz stark. Jetzt die Flanke rüber. Da Enkitya. Nein. An dem Pfosten. An dem Pfosten. Calimuendo. Noch ein Pass. Wilson. Nein. Ja, der ist drin. Der ist drin. Was ein Treffer. Sechstes Spiel ohne Niederlage. Was ein Treffer. Aus dem Nichts. Ja, da komme ich auch noch mit dazu. Alle hier am Jubeln. Aus dem Nichts. Dieser Treffer. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hier sehen wir. Der Schuss. Der war eigentlich. Der war abgefälscht. Dadurch verschätzt sich der Keeper. Weil der abgefälscht ist. Und Brandon Wilson ist unser Held. Und Brandon Wilson ist unser Held. Der Keeper verschätzt sich, weil der abgefälscht war. Der Wahnsinn. Unglaublich. Viertes Tor in der achten Partie. Pressing. Los, Attacke, Jungs. Vielleicht geht hier noch mal was. Vielleicht geht hier noch mehr. Aber das Ding ist schon rum wahrscheinlich. Oder? Ja, leider. Schade. Ein bisschen mehr Zeit noch. Schade. Oh, geil. Oh, geil, Alter. 2-2. Southampton ist sowas von on fire, Leute. Dieses Team ist sowas von on fire. Ey, ich bin glücklich mit dem 2-2. Ja, ihr seht es selber. Wir waren die klar bessere Mannschaft mit mehr Chancen. Man kann sich immer ärgern. Aber man kann auch das Positive sehen. Wir haben einfach ein Monster-Comeback hingelegt. Der Wahnsinn. Und wir sind Stand jetzt Sechster. Ey. Wir sind auf einem Playoff-Spot. Und wir sind, wenn wir so weitermachen, wirklich... Wir müssen einfach jetzt so weitermachen. Jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, ey, spiel die nächsten 10, 15 Spiele immer so weiter. Und dann etablieren wir uns da oben. Wir können theoretisch noch die zweite Liga auch gewinnen. Aber wir müssen uns einfach nur oben etablieren. Ich meine, wenn man sich anguckt, Burnley mit einem Spiel mehr nur 7 Punkte weit weg. Der Rest auch nicht so weit weg. Es ist alles möglich, Leute. Es ist alles möglich. Ich denke auch, dass wir es packen diese Saison. Es muss irgendwann auch mal passieren, oder? Irgendwann müssen wir es doch mal schaffen. Euer Willow schmelze ich erstmal fürs Erste ab. Das war auf jeden Fall ein geiles, geiles Finish für das Ende dieser Folge. Hey, diese Southampton-Karriere. Guckt euch die Folge an. Ich bin gerade super glücklich. Guckt euch die Folgen vor zwei, drei... Ja, die vor zwei, drei Folgen an, wo ich mich über den Torhüter aufrege. Auf und ab. Perfekte Beschreibung dieser Serie. Euer Willow schmelze ich ab und bye, bye.